Nach der Grenze zum Bundesstaat Utah findet man die aus vielen Filmen bekannten Felsformationen, die unvergleichlichen Tafelberge des Monument Valley. Innerhalb des Monument Valley gibt es nur eine Übernachtungsmöglichkeit, die Goldings Lodge. Sie steht im schönsten Teil des Tales. Früher einmal als Trading Post gebaut, beherbergt die komfortable Lodge heute auch viele Filmleute, die immer wieder diese Landschaft als Kulisse für Spiel- und Werbefilme nutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017